Also ich muss sagen, die Tamara hat der Syre echt gut Front gegeben und was der Bohlen erzählt hat, war natürlich Müll hochzählen, also der Rap von der war wesentlich besser als so mancher Rapper, der da weitergelassen wurde bei DSDS, aber sie durfte natürlich nicht weiter, weil sie zu verrückt, zu irre war, sie glaubt an UFOs, ich meine, wurde ja von Anfang an deswegen als Bekloppte hingestellt und ja, bei DSDS geht es ja hauptsächlich darum, Leute auszubeuten, egal ob es um die Kandidaten geht, die man da als Trashleute hinstellt oder die Kandidaten, die da weiterkommen, aber man sieht immer wieder, der Rap von der Dame war recht gut, es klang eher mehr nach Sprechen, fand ich, aber es war echt gut, viel besser als H.P. Baxter auf jeden Fall, ihr Gesang war nicht so das Ding, aber dass der Bohlen sagt, das war nix sozusagen, daran sieht man wieder, keine Ahnung von der Materie, aber da als Nichtsänger singen und das fand ich gut, dass sie ihm das in den Kopf geschmissen hat, du kannst doch selber nicht singen und hockst in der Jury und ich darf nicht mehr Kandidat sein, es war, die hat sich auf jeden Fall nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, das fand ich sehr gut, aber der Auftritt zeigt sozusagen, erzählen nix von irgendwelchen Aliens oder sowas, die erklären sich gleich für Verrückte, obwohl ja eigentlich die Aliens in der Jury sitzen, naja.